Hallo, hier bin ich wieder, Peter Heinrich von EasyDuff.de. Heute möchte ich ausdrücklich mal über unseren kostenlosen Gedächtnis Crashkurs für deutsche Grammatik sprechen und ich möchte euch eine kurze Passage aus diesem Buch vorlesen, das ich ja neu entdeckt habe, das aber schon etwas älter ist. Das alles gleich nach dem Intro. Ja, der Gedächtnis Crashkurs für deutsche Grammatik, den gibt es ja seit einiger Zeit kostenlos bei mir. Früher habe ich ihn für 37 Euro verkauft, er dauert knapp eine Stunde, eine Stunde Videomaterial. Und über die Rolle des Gedächtnisses beim Sprachenlernen möchte ich heute kurz mit euch sprechen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, wenn ihr eine Fremdsprache lernt und natürlich auch, wenn ihr Deutsch als Fremdsprache lernt. Das wird nur sehr häufig gar nicht so richtig behandelt im Unterricht oder in den Lehrbüchern, weil man da natürlich ein bisschen theoretisch was ausführen müsste und irgendwie scheint das nicht so in die Lehrpläne zu passen. So, ich habe euch in einem letzten Video mal dieses Buch vorgestellt. Das ist eine Dissertation aus dem Jahre 2009 von Agnieszka Brzezinska. Ja, man verzeihe mir, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Sie ist mittlerweile, glaube ich, Professorin an der Universität Wien. Und ich lese einfach mal eine kurze Passage aus dem Vorwort vor, um euch deutlich zu machen, wie wichtig dieses Thema auch in dieser Dissertation erscheint. Das Lernen richtet sich mitunter nach bestimmten Lerngesetzen. Die Lernpsychologie, die sich mit diesem Bereich auseinandersetzt und ihn systematisch untersucht, weiß um diese Lerngesetze, die durchaus auch auf das Fremdsprachenlernen zutreffen und somit für die Fremdsprachendidaktik relevant sind. Aber wie oft haben Sie schon etwas über diese Gesetze explizit im Fremdsprachenunterricht gehört? Ja, das war aus dem Vorwort. Das findet ihr schnell. Ich verlinke euch dieses Buch mit einem Amazon-Link unten in der Videobeschreibung, falls es euch interessiert. Aber es ist natürlich, muss man sagen, eine Dissertation. Insofern natürlich für höhere Ansprüche eher geeignet, wenn es um Unterrichtsentwicklung und so weiter geht. Ja, aber genau dieses Thema greife ich ja auch in meinem Gedächtniscrashkurs auf. Und die Autorin hier merkt auch an, dass sie höchst erstaunt ist, dass dieses Thema des Gedächtnisses, der Lerngesetze, eigentlich im Unterricht so gut wie keine Rolle spielt. Sie sagt, dass seit dem Wintersemester 2008, 2009 an der Universität Wien es jetzt ein Pro-Seminar gibt, ich weiß nicht, ob es das heute immer noch gibt, aber damals scheint es eingeführt worden zu sein, zu diesem Thema, zur Rolle des Gedächtnisses im Deutschunterricht. Ja, ich habe meine Examensarbeit ja 2005 geschrieben und mein Professor hatte zunächst auch keine Ahnung, was ich eigentlich will, bis ich ihm das erste Kapitel vorgestellt habe und ihn dann überzeugen konnte. Und es ist ja dann auch sehr gut ausgegangen. Okay, jetzt schauen wir uns aber den Gedächtniscrashkurs, den kostenlosen Gedächtniscrashkurs an, wo ich genau dieses Thema aufgreife und eine tolle Einführung dazu biete. Den gibt es kostenlos, also bitte tragt euch ein, einfach, es wird immer mal wieder hier eingeblendet, auf easydav.de slash crashkurs, da könnt ihr euch einfach kostenlos eintragen. Und ich muss dieses Video heute aber machen, weil wir nach kurzer Zeit, nachdem unser Campus jetzt online ist, wir sind ja erst seit drei Monaten oder so und ich habe schon lange kein Video gemacht, sonst wären es schon viel mehr, aber nach so kurzer Zeit haben wir schon über 1.000, haben sich schon über 1.000 Leute eingetragen, mittlerweile schon 1.200. Wir schauen uns das jetzt einfach mal hier auf meinem Bildschirm an. Wir sind jetzt hier im Campus, ihr seht, da gibt es jede Menge Produkte, was aber für euch wirklich kostenlos ist. Wenn ihr euch einschreibt, ist hier der Gedächtniscrashkurs für deutsche Grammatik, da klicke ich jetzt mal drauf. Und hier sehen wir, dass es Stand jetzt 1.223 Mitglieder gibt, die hier an diesem kostenlosen Kurs schon teilnehmen. Hier ist er, ich klicke mal auf Kurs starten und hier seht ihr, wie er aufgebaut ist. Es gibt drei Hauptteile und noch ein Bonus-Video, das ich aufgenommen habe, weil ein Teilnehmer eine Frage gestellt hat. Wichtig ist, also alles kommt in Videoform hier in diesem Kurs und hier könnt ihr auch Untertitel aktivieren, falls euer Deutsch noch nicht so gut ist. Könnt ihr entweder mitlesen, indem ihr die deutschen Untertitel aktiviert oder es gibt sogar auch englische Untertitel oder ihr könnt sie natürlich auch komplett deaktivieren. So, wir scrollen mal ein bisschen nach unten und schauen einfach mal ein paar Kommentare uns an. Ihr könnt also, das ist ganz wichtig, jederzeit hier in die Kommentarbox einen Kommentar absetzen und ich kriege das sehr schnell mit und antworte auch sehr schnell. Schaut mal, hier hat Lissandro geschrieben. Vielen Dank, Peter. Ich glaube, dass deine Informationen zu 78,56% gelernt habe. Außerdem danke ich für das wunderbare Buch online und so weiter. Ihr seht, ich antworte dann auch schnell darauf. Dann der Nächste. Ich bedanke mich bei Ihnen für dieses hilfreiche Video. Es war sehr interessant. Ich will unbedingt Ihre Tipps verwenden. Hier, danke sehr, Peter. Ich lerne Deutsch und ich finde das Video sehr interessant. Und wir scrollen mal noch ein bisschen weiter nach unten. Schau mal, hier endlich ist es Deutsch unterrichtet geworden. Ehrlich gesagt, verstehe ich den Satz nicht ganz. Jetzt klingelt das Telefon im Hintergrund. Das ignorieren wir einfach mal. Ich bin sehr glücklich mit dem Kurs hier lernen, den ich hier lerne. Ich hoffe, ich kann alle meine persönlichen Fragen stellen. Ja, und das könnt ihr tatsächlich. Ihr könnt jederzeit einfach in die Kommentare schreiben. Und ich bin immer da und ergänze noch was, wenn ihr Fragen habt und helfe euch und so weiter. Okay, vielen Dank für das Video. Es war sehr interessant. Hallo zusammen. Zuerst möchte ich mich bei Ihnen für diese tolle Erklärung bedanken, die mir meine Augen echt geöffnet haben. Obwohl ich seit vielen Jahren diese Sprache lerne, dachte ich auch immer so, dass man einfach manche Sachen auswendig lernen muss. Ja, auswendig lernen musst du natürlich immer noch. Ich höre jetzt auf mit dem Vorlesen von Kommentaren. Auswendig lernen musst du natürlich immer noch. Was die Person hier meint ist, dass du es nicht einfach stumpf durch viele, viele Wiederholungen in deinen Kopf hämmern musst, wenn du die richtigen Tricks kennst, wie die Information sehr viel leichter in deinem Gedächtnis hängen bleibt. Und genau darum geht es in meinem Gedächtnis Crashkurs für deutsche Grammatik. Ich ermuntere euch nochmal, euch einzutragen. Ich werde das nächste Dankesvideo erst machen, wenn wir mal 10.000 Mitglieder haben. Das wird jetzt recht schnell gehen auch. Ich muss auch wieder mehr Videos veröffentlichen. Dann kommen auch wieder noch mehr Mitglieder rein. Gut, das war es eigentlich schon für heute. Falls ihr noch Fragen zu dem Thema Gedächtnis und Deutsch lernen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich natürlich über Likes. Vergesst nicht, euch einzutragen. Hier ist nochmal der Link für den Gedächtnis Crashkurs für deutsche Grammatik. Und natürlich freue ich mich auch über weitere Abonnenten. Und ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen in unserem Mitgliederbereich, der für diesen Kurs für euch kostenlos ist. Und natürlich könnt ihr dann auch in andere Kurse, die es dort gibt, ein bisschen reinschnüffeln. Es gibt hier und da kostenlose Probelektionen. Es gibt kostenlose Erfahrungsberichte von anderen, die andere meiner Kurse benutzen und so weiter. Das war es für heute. Ich bin Peter Heinrich von easydav.de. Ein Besuch meiner Website lohnt sich natürlich auch immer. Bis zum nächsten Video. Tschüss.